Nicht verwirrend. Möglicherweise werden sie von anderen ersetzt. Und deshalb möchte er, dass sie eine kleine Rede schwingen und den Leuten mitteilen, dass die heiligen Weisen in die himmlische Schatzkammer oder wie immer das hier heißt, zurückgerufen wurden. Und dann wünscht er, dass sie dem Volk sagen, dass es sich keine Sorgen zu machen braucht, dass auch alles ohne sie gut wird. Dann möchte er, dass sie dem Volk danken für seine Großzügigkeit. Danken sollen wir leben. Die 299. Erwerbsregel der Bereicherung. Wann immer du jemanden ausbeutest, kann es nie schaden, ihm zu danken. Aber in dieser Weise ist es viel leichter, sie noch einmal auszubeuten. Moment mal. Es gibt insgesamt nur 285 Erwerbsregel der Bereicherung. Ja, da können Sie mal sehen, wie lange Sie schon da sind. Übrigens, da habe ich ja nur über den Laden, dass Sie Ihren gesamten Besitz haben. Was? Alles. Alles. Aber, aber etwas müssen Sie uns noch sagen, wenn ich es mir beinahe zu tun habe. Ich bin in 20 Minuten, die Natur, um den Laden zu segnen. Ich schlage vor, Sie beginnen mit dem Schreiben. Du! Du begleitest mich! Natürlich! Größerer Weisern! Hehehe! Was sollen wir denn jetzt bloß machen? Wir machen das, was ein Ferengi in einer so schwierigen Situation war. Keinein Mal Keinein Mal All right, you idiot!